Musik Samstag, der 6. April, 20 Uhr, ein Konzert im Theatersaal. Kokobu, The Drums of Japan, Taiko Trommler aus Osaka. Das 17-köpfige, energiegeladene Ensemble aus Osaka um den Chakuhachi-Meister Chaki Toyama bietet seinem Publikum ein faszinierendes Ereignis für Augen und Ohren. Die in schwarze Kimonos und weiße Stirnbänder gekleidete Ausnahmetruppe fasziniert mit ihrer perfekten Spielweise auf bodenbebenden Röhrentrommeln. In unfassbarer Synchronicität und dann wieder kontrastierend gegensätzlich wird ein Rhythmus geschlagen, der die Zuhörer in seinen Band zieht. Das klangliche Gegenstück bilden die zartsanften Töne der Bambuslängsflöten Chakuhachi, deren fernöstliche Melodien auf Anhieb verzaubern. Tauchen sie ein in die magische Kultur und Spiritualität Japans. Musik Musik